Dieser neue Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Der graue Van ist fünftürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Bordcomputer, Alufelden, Einparkhilfe, ESP, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 42.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohaus Kökler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.